Grüß euch, danke, dass ihr es so lange ausgewählt habt, im letzten Vortrag heute. Bei mir geht es heute um Heimautomatisierung mit FHM und dem Raspberry Pi. Ein paar Produkte abgebildet, die Einsätze, 433 MHz Fundmodul zum Beispiel, was man auf einen Stand draußen auch kriegt. Warum auch habe ich das Ganze gemacht? Ich wollte zu Hause verschiedenste Verbraucher, Licht, mein NAS, mein Heimkinosystem ein- und ausschalten, vom Smartphone aus. Mir ist die Suche nach Fernbedienungen am Wecker gegangen. Nachdem X-PC sowieso rent, kann ich alles vom Smartphone jetzt machen. Lichtmanagement, ich kann mit einem Schalter in der ganzen Wohnung das Licht anbauen. Okay, stimmt nicht ganz. Ich habe noch nicht alle Lichtschalter ausgetauscht auf Heimatik-Lichtschalter, aber doch einige mittlerweile. Ich wollte die billigen Funksteckdosen, die ich vor Jahren noch einmal gekauft habe, weiterverwenden und einbinden können. Deswegen auch das 433 MHz Funkmodul. Die Steuerung von der Hatzung ist auch etwas, was mich sehr interessiert hat, weil man sich doch einiges an Kosten ersparen kann, wenn die Hatzung ordentlich gesteuert ist. Und wie fast jeder ITler, würde er die Daten, die anfallen, auch irgendwo speichern können. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, wie stark ist das Ventilauftrag, zu welchem Zeitpunkt. Und dann kann man verschiedenste Dinge kontrollieren, was zu welchem Tag passiert ist. Warum habe ich mich für Heimatik entschieden, kommt dann gleich auf die nächsten Folie ein. Es gibt als Alternativen noch FS20 als Beispiel oder den EIB, den Elektro-Installationsbus. Als Hardware-Plattform habe ich den Raspberry Pi genommen. Alternativen, einen Beagle-Bohnen oder man kann das Ganze auch auf einem normalen PC laufen lassen, wenn man den Stromverbrauch in Kauf nimmt. Ein PFS ist ein Erweiterungsmodul für den Raspberry Pi, was man über den SPI-Bus ansteuert. Und man hat Ein- und Ausgänge drauf und auch zwei Relais, wo ich gleich das Einschalten vom NAS gemacht habe, weil das leider kein Wegon-Land unterstützt. Und als Software-Plattform habe ich FHM genommen, die freundliche Hausautomatisierung und Energiemessung. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich in Deutschland oder im deutschen Raum programmiert worden ist, das Ganze. Ich habe es aber nur so im deutschen Funden ausgeschrieben. Alternativ gibt es OpenHub, was mit SmartSara zusammenarbeiten würde, was am Vormittag einen Vortrag dazu gegeben hat. Und funktioniert aber mit Homematik nicht in der Form, wie ich es immer gedacht habe. Deswegen ist das bei mir weggefallen, ist es FHM geworden. Homematik, warum? Es ist einfach zu installieren, wenn ich einen Lichtschalter habe, den tausche ich einfach aus. Und ich habe auf einmal einen Funklichtschalter. Ich brauche da nicht ganz, ich habe auch einen Nullleiter dazuzügen müssen, weil die Stromversorgung vom Funkmodul auch über die 230 geht. Und ein normaler Lichtschalter braucht normalerweise keinen Nullleiter dort. Deswegen habe ich den auch keine Nachzung bei jedem Lichtschalter, was aber kein großer Aufwand ist. Initiale Kosten sind gegenüber anderen Hausautomatisierungssystemen sehr gering. Weil ich nicht alles verkabeln muss, wie beim EB-Bus. Oder generell die Module einfach bis zum doppelten Teurer sind. Pro Schalter oder pro Aktor. Die zusätzliche Verkabelung, habe ich schon gesagt, ich habe beim Homematik im Gegensatz zum FS20 einen Retourkanal. Das heißt, wenn ich einen Lichtschalter vom Server aus schicke, bitte abdrehen. Möchte er zurück, ich bin jetzt da dran. Wenn er nicht zurückmögt, wird er oft geschickt, bis er zurückmögt. Ich bin jetzt da dran. Es gibt sehr, sehr viel Zubehör für Homematik. Unter anderem die Thermostate, Heizungsregler, you name it. Es ist wirklich sehr viel vorhanden. Und es funktioniert sehr gut mit FHM. Funk-Heizkörper-Thermostat gibt es. Ein Drehgriffkontakt, damit nicht die Wärme ausgeketzt wird, wenn das Fenster offen ist. Ein Schaltaktor mit Leistungsmessung, damit man aufzeichnen kann, wie viel der Staubsauger, ich weiß nicht, verbraucht. Oder der Kühlschrank. Wobei, warum sollte ich das nicht noch dran? Aber bitte. Jalousieaktoren, das ist wiederum sehr interessant. Mit der Wetterstation von Homematik kann ich dann hergehen und anhand der Sonneneinstrahlung bestimmen, wann wir die Jalousien runtergehen. Oder wenn es viel Wind ist, dass wir wieder aufgehen, dass wir die Jalousien nicht ründet. Es gibt auch Kymatik, das Modul. Montiert man in einem Zylinderschloss und kann über die Homematik die Eingangstüre sperren. Ist ein gewisses Sicherheitsrisiko, da muss man wirklich wissen, was man tut im Hintergrund, dass man das Heimnetzwerk so absichert, dass es da nicht sein kann. Homematik selbst ist verschlüsselt, ein bisschen. Was heißt das? Dass der Key einmal eintragen wird auf den Homematik-Server und dann ein Handshake passiert. Funktioniert aber nur gut. Also der Handshake wird dann einen neuen Schlüssel ausmachen, den man nicht sieht. Wenn man den Server von Homematik verwendet und nicht FHM. Vielleicht wird das noch einmal verbessert. Für die Module, was sind die Module, was sind die Städte, die man nicht verschlüsselt hat? Die anderen sind alle, die man nicht verschlüsselt hat. Wenn man den, was am Server eingetragenen Key ist, wenn man den weiß, dann kann man da reinfordern. Ja. Das muss man, das ist ein Hex-Key, den muss man wissen. Also mit dem ist es verschlüsselt. Der hat ja gesagt, nur der Module versächtigt. Nein, das stimmt nicht. Die Verschlüsselung passiert auch auf normalen Lichtscheltern. Es gibt aber zwei verschiedene Verschlüsselungen im Homematik-System. Da geht es um Authentifizierung und Verschlüsselung. Authentifiziert wird nur die Module mit ZEG. Verschlüsselt wird auch jedes Modul. Wie gesagt, es ist keine sichere Verschlüsselung, aber es ist auch nicht so, dass ein Einbrecher hergeht und sagt am Handy, so, mach auf und das Ding macht, was er will. Man muss da natürlich aufpassen, wenn der Raspberry Pi im Internet steht, kann man sowieso alles machen. Da nutzt er die beste Verschlüsselung. Somit ist das alles sehr theoretisch. Und die Sicherheit ist immer getrennt zu betrachten von dem nochmal. Sicher, gut fühlen, tue ich mich nicht dabei, wenn ich da jetzt das schon saufetue. Aber, ja, es will mir halt wieder das Licht auftragen. Ist jetzt nicht so schlimm für mich. Warum FHM? Homematik wird ordentlich unterstützt. OpenHub hätte den Nachteil gehabt, dass man einen Windows-Dienst auf einem Windows-Gleit laufen muss, dass man mit den Homematik-Modulen kommunizieren kann. Es ist super einfach zum installieren und der dbnt-package-i und das Ding läuft. Mit ein bisschen Konfiguration, das ist aber kein Thema. Es ist gut dokumentiert im Wiki. FHM-wiki.de Die Android-App ist brauchbar, kann man gut verwenden. Es gibt auch eine iOS-App, keine Ahnung, habt ihr so ein Gerät nicht. Den ganzen FHM-Server kann man sehr gut skripten, mit Perl. Er ist in Perl geschrieben. Basch-Skripte, Python, egal was, man kann alles sehr einfach anbinden. Raspberry Pi. Ich habe einen zwei daheim gehabt, deswegen habe ich ihn verwenden und ich habe ein Projekt gesucht. DbN ist installierbar, das ist auch noch mein System der Wahl. Die HD ist sehr direkt ansteuerbar. Ich bin nicht so der Spezialist mit der Hardware, deswegen habe ich mir auch den P-Face dazugekauft, was sehr einfach zum Ansteuern ist. Vor allem mit der Viring P-Library funktioniert das sehr fein. Ich glaube 25 Euro ist FACE. Und der Stromverbrauch ist relativ gering von dem Raspberry Pi. Die 433 MHz-Sender und Empfänger, eben für die Funksteckdosen. Man kommt aber dann drauf, im Laufe der Zeit viel Leute haben irgendwelche Wetterstationen draußen stehen. Das lässt man damit auch sehr leicht aus. Man braucht sich den dann nicht extra kaufen, weil die 433 MHz... Ja, senden dann sowieso die Temperaturinformationen. Und wenn ich sie empfangen kann, ist es ja nicht. Die 433 MHz sind nämlich über eine relativ weite Distanz mit einer entsprechenden Antenne auf dem Empfänger... Da haben wir gleich ein Aufzeichen von Luftfeuchtigkeit und der Temperatur im Kinderzimmer jetzt, wenn wir daheim... Und man sieht, wenn ein Fenster aufgemacht wird, fällt die Temperatur runter und die Luftfeuchtigkeit und danach steigt die Temperatur gleich wieder. Weil, sieht man am nächsten, und da sieht man, naja, blau sieht man besser. Gehen wir noch mal zurück. Sehr gut. Man sieht da schön, dass... Da habe ich noch mal etwas ausgepackt. Dass da gelüftet worden ist. Und die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit gefallen ist. Wobei, Temperatur gefallen ist, bewegt sich in einem Grad, das Ganze. Also wirklich gefallen ist es nicht, aber... Und man sieht auf der nächsten Folie auch gleich, warum das nicht weiter fällt. Da zum Beispiel ist gelüftet worden. Der Regler von der Harzung ist aufgemacht worden, dass die Temperatur sich stabilisiert. Funktioniert wirklich sehr gut. Man hört die Kombination vom Thermostat und vom Ventil. Lernt, wie groß der Raum ist. Und schaut entsprechend, dass der Regler für die gewünschte Temperatur entsprechend aufgemacht wird. Und hört es nicht jedes Mal Vollgas an, wenn die Temperatur mal ein Grad folgt. Man sieht da die Schalter vom Android-App an. Man sieht den Zustand der Schalter. Die Lichter sind an bzw. aus. Und man kann die Dinge ein- und ausschalten. Man hat hier alle Lichter, kann ich alle Lichter in der Wohnung auf einmal ausschalten. Bzw. alles. Einfach mit einem Tastendruck alles auf einmal ausschalten. Frage. Ja. Also das wurde vorhin. Die Android-App, ist die auch Open Source? Nein. Okay. Nein, aber... Muss ich sagen, weiß ich nicht. Weil wir uns eher umsuchen lassen. Ja. Bitte... Um als Tastendruck. Bitte... Kauft euch die App. Die Programmierer muss man unterstützen. Auch wenn es Open Source ist. Manchmal ist es gut, so etwas zu unterstützen. Ich frage mich. Entschuldigung. Ob die Android-App Open Source ist, war die Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob sie... Ich glaube nicht, dass sie Open Source ist. Also es gibt ja anscheinend eine Gratis mit Werbung und einmal zum Kaufen ohne Werbung. Genau. Wie gesagt, es gibt sie eine Gratis mit Werbung und einmal zum Kaufen ohne Werbung. Die App. Es gibt aber nicht nur diese Android-App. Mir hat es am besten gefallen, deswegen verwende ich es. Ich habe mir die Version noch nicht gekauft. Wie ich habe. Gut zu wissen ist, es gibt, wenn man auf Dillextream.com zum Beispiel die Funkmodule bestellt, zwei verschiedene Module, 315 MHz und 433 MHz. In Österreich ist reguliert, dass man die 433 MHz verwenden darf. Und dadurch sind alle Funksteckdosen, die man in Österreich kriegt, auf 433 MHz. Man muss sich das genau durchlesen, die Beschreibung auf den Webseiten, dass man wirklich das Richtige bestellt, sonst ärgert man sich nachher. Wie passiert. Die Standard-Web-Oberfläche von FHM ist meiner Meinung nach von Technikern für Techniker geschrieben. Nicht wirklich schön. Ich zeige es euch noch mal kurz her. Mit Scripting ist alles realisierbar. Ich glaube, da habe ich noch auf der nächsten Folie, was zum Beispiel leicht machbar ist, ein umweltgesteuertes Rollo. Wie ich schon gemerkt habe, man braucht nur eine Wetterstation. Man hat die Sonneneinstrahlung, man hat die Windgeschwindigkeit, man hat die Windrichtung sogar. Ich kann entsprechend den Parametern sagen, ich tue die Rollo oder ich lasse soffen, dass meine Pflanzen Licht haben, dass es nicht zu warm wird im Haus, was auch immer. Ich kann mit Bluetooth-Modulen eine Erkennung machen, ob jemand sich in der Wohnung befindet. Wer das ist. Entsprechend tut den Gewohnheiten die Lichter ein- und ausschalten. Und wenn jemand nach Hause kommt. Es gibt Sicherheitsmodule, wie den Zylinderschloss, Aufsatz. Es gibt Bewegungsmelder. Man kann einen ganzen Armenlog damit machen. Wie sicher das wirklich ist. CCC hat da anscheinend was genaueres gesagt darüber. Ich würde es auch nicht machen. Zumindest nicht mit FAE. Und alles was man sich vorstellen kann, ist möglich mit dem Ding. Anhand von der Tageszeit, jetzt trage ich das Nachtlicht auf für die Kinder. Ich trage zu einem gewissen Zeitpunkt die Steckdosen ab, weil die Aktoren so klar sind, dass ich es auch hinter einer Steckdose in Unterputz verbauen kann. Egal was man tun möchte, die Fantasie ist die Grenze. Wie erkennen Sie bestimmte Personen? Im Mobiltelefon, Bluetooth? Als ein Beispiel. Wie ich die Personen bestimmen kann. Unter anderem Mobiltelefon, Bluetooth. Es gibt da auch entsprechende Projekte, die eine Gesichtserkennung auf dem Raspberry Pi machen. Man braucht dazu nur eine Webcam. Müsste man halt dann bei der Eingangstüre positionieren, dass man sagt, okay, die Person kommt jetzt rein und dreht gleich die Musik auf derer will. Ohne jetzt den Riesenaufwand zu haben, finanziell oder für die Implementation leicht möglich. Ich will jetzt noch ganz kurz, ja ich weiß nicht was, ist aber das Notebook von der Arbeit, also bitte entschuldigen. So schaut die Web-Oberfläche aus. Wirklich schön ist es nicht. Für die Zugfahrt haben wir dann das NAS wieder auftragen. Was wirklich nur über ein Relais direkt am Ein-Ausschalter am NAS hängt. Gibt es noch Fragen? Bitte. Was kostet die Aktoren? Was die Aktoren kostet? Ich habe da gerade gehört, 35 Euro. Die Aktoren drei Stück, 30 Euro. Der Mastat 26, 96, 1. Der Mastat 26, 96. Der Aktor 35 Euro. Ich glaube, der Lichtschalter kommt auch um die 35 Euro, wo der Taster, der Funktaster, mit Aktor eingebaut ist. Die sind innen kombiniert mit einem entsprechenden Background-Kammer. Wenn man die Firmware neu flashen, gibt es alternative Firmware dafür, dass die nicht mehr zusammenhängend arbeiten, sondern dass der Taster nur in den Server meldet, jetzt bin ich gedruckt worden. Und der Server dann in den Aktor sagt, bitte schaltet es ein. Würde ich nicht machen, weil wenn mir jetzt mal Raspberry Pi ausfällt, funktioniert trotzdem alles weiter. Was wiederum eine nette Sache bei der Homematic ist, dass einfach alles weiter funktioniert, weil die Geräte untereinander auch gebärt werden. Mehrere Fragen. Zuerst einmal PyFace habe ich extra gebraucht, fürs Relais zum Beispiel. Und für einen Taster, damit die einzelnen Geräte vom Schreibtisch aus schalten können. Eine Bastlerei. Wie werden die Geräte gebärt? Noch eine kleine Installation. Man muss die Hardware vorbereiten. Da gibt es einen von Homematic-Netzwerkadapter. Der wird mit Ethernet angeschlossen. Kriegt eine IP-Adresse. Und über den Adapter, den man einmalig einmal mit Windows konfigurieren muss, leider, kann man über die Funkschnittstelle von dem Adapter mit den Geräten reden. Diese Geräte werden dann gepairt mit FHM und dem LAN-Adapter. Sie haben auch die Infrastruktur, dass sie verbunden sind und die Logik, ist das dein Interesseur oder die Transformation, ist alles ein Pi-Adapter? Genau so ist es. Die Logik ist alles ein Pi. Wird das Funkmodul mit Pi verbunden? Ist das eine sehr jährige Geschichte der GPIO? Das Funkmodul ist über die GPIOs verbunden mit dem Pi. Wird aber in Kürze alles auf dem Blog sein. Eine komplette Anleitung, wie man diese, zumindest meine Konfiguration, wie man die macht, wird noch ein paar Tage dauern. Ich habe es jetzt nicht zusammengebracht, bis heute. Was sind das für Funkmodule? Solche, die ganz nühe sind? Die Modul-Wildreiß-Doppeln und solche mit dem BDF-Fund-O? Oder sind das eher für zwei, zwei, zwei? Die Frage ist, was sind das für Funkmodule? Ganz dumme. Was kann ich sagen? Man kann Daten oder nicht, also Daten senden und 1 und 0 senden. Das war's. Die Funksteckdosen sind nicht so intelligent. Die senden einen String und das war's. Da kommt nichts zurück, da gibt es keine Authentifizierung, nichts. Somit sendet man das raus, da hat man kein Problem damit. Aber die Verkleinze, wenn man jetzt z.B. eine Verkleinze, die sind bei irgendeiner Rechenschaften, was z.B. bestätigt? Die Frage ist, kann man die Frequenz wählen? Nein. Die 433 MHz, die sind sehr breitbandig, die Funkmodule. Die nehmen alles auf und schicken wahllos raus. Was aber recht gut funktioniert. Was haben die Aktoren und Steckdosen für eine Ruhestromaufnahme? Das haben wir jetzt vor kurzem erst angeschaut. Ist leider relativ viel, muss ich sagen. Angegeben wird von HOMADIC 1 Watt. Gemessen werden 0,5 Watt. Ja, da sind wir eh schon. Gibt es noch Fragen? Bitte. Wie weit die Distanz von HOMADIC ist oder von dem Funkmodul? Dem Geber, das muss man schon redet, was haben wir die Gruppen sehen? Der Geber, HOMADIC, ist ein Mesh-Netzwerk. Das heißt, jedes Gerät, was man reinsetzt, erweitert die Distanz, die möglich ist. Weil es alles HOP gefordert wird. Das heißt, die Distanz ist sehr weit, wenn nicht viel Distanz zwischen den einzelnen Geräten ist. Das ist auch ein Grund, warum ich mir das genommen habe. Dann habe ich durch dickere, weniger Probleme, weil eh immer was dazwischen ist. Irgendein Schalter wird schon da sein. Wie mache ich die Temperaturüberwachung von den Räumen? Das ist von HOMADIC. Das ist, jetzt gibt es nur mehr in einem, was man wie ein normales Thermostat auf dem Heizkörper steckt. Ich habe noch die alte Version, wo der Regler auf dem Heizkörper ist und ein Wandthermostat. Und das Wandthermostat schickt die Daten immer an den Server. Und jetzt ist der Sensor im Thermostat? Jetzt ist der Sensor im Thermostat drin. Man kann aber reine Wetterstationen auch von HOMADIC kaufen. Vor ein paar Tagen habe ich gesehen, dass in meiner Nähe eins aufgetaucht ist. Habe ich gleich einmal versucht zu pären, das hat geglückt. Jetzt ist es leider wieder außerhalb der Reichheit. Ich weiß nicht, was passiert ist. Die Frage ist, ob die HOMADIC über Funk oder Kabel sendet. HOMADIC ist Funk. Ich glaube, 433 MHz. Es ist in Österreich viel was anderes nicht möglich. Die Frage ist, ob sich die HOMADIC und die Steckdosen ins Gehege kommen. Bis jetzt nicht. Da habe ich noch kein Problem gesehen. Überhaupt nicht. Aus welchem Grund auch immer. Ich sehe mit dem Empfangsmodul von 433 MHz keine Datenpakete von der HOMADIC. Warum auch immer. Das kann ich nicht beantworten. Das habe ich mir noch nicht genau angeschaut. Dadurch, dass alles einfach funktioniert. Die HOMADIC hat eine eigene Frequenz natürlich. Den LAN-Adapter habe ich aus Gründen der Annehmlichkeiten gekauft. Es gibt auch Anleitungen, wie man sie aus einem Funkmodul bastelt, dass man mit der HOMADIC redet. In dem Fall gibt es dann gar keine Verschlüsselung. Und das wollte ich mir nicht verbauen, dass ich zumindest verschlüsseldrehe, auch wenn es nicht authentifiziert ist. Das ist eine gute Frage. Ich vermute nein, dadurch, dass die Geräte immer wieder Informationen an den Server senden, beziehungsweise der Server die Informationen immer wieder abholt. Ich glaube nicht, dass das aufrechterhalten bleibt. Es würde kein Grund sehen dafür. Ich kann es aber nicht beantworten. Die Frage ist, ob ich weiß, was da für ein Protokoll verwendet wird auf der physikalischen Ebene im Funk. Nein, weiß ich nicht. Was ist denn das Funkmodul für Titel? Ist das gar nicht dumme? Ah, es ist dann auf meinem Blog und der Stand war, welcher Vortrag war das heute am Vormittag? Sarah. Nein, nicht Sarah. Das war nicht der reale Raum. Nein. Reale Raum. Das war nicht der reale Raum. Der Vortrag über den Raspberry Pi und den GPIOs mit GPIO-Messung, also Messung mit den GPIOs. Die haben die Funkmodule liegen, die 433 MHz Funkmodule. Genau diese, die ich verwende. Der Stand sollte noch offen sein. Sie haben mir versprochen, dass ich noch Leute hinschicken kann. Das kostet aber ungefähr 2 Euro, so ein Funkmodul-Set, wenn man das im Internet bestellt. Das heißt, das ist nicht wirklich die Ausgabe. Nein, nur 15. Wenn du die Kunden sagst, dann ist das mehr. Nur 20 Euro, wenn du dann noch schließt, was das Geld ist. Man muss... Das ist nicht so gut, wenn man ein Scherer ist, geht es mir nicht. Nein. Die Frage ist, wenn das die Dummen sind, dann ist das viel mehr Arbeit, als wenn man da intelligentere Funkmodule nimmt. Muss ich sagen, wenn man die richtigen Funkmodule nimmt, die 433 MHz Funkmodule, ist das eine Sache von RF-Sniffer aufrufen, auf die Fernbedienung drücken, aufschreiben, was da für ein Signal gesendet wird, sendet das Signal und es funktioniert. Mehr ist es nicht. Es ist tatsächlich so einfach. Wenn man den anlöpfen muss man das, der Schaltplan kommt dann auch noch. Also das ist auch auf dem Blog drauf da. Und bei den Funktionärheitsmodulen hängt es doch noch, wie breitbandig die sind, ob wir 433 MHz sind. Da gibt es noch Fragen? Ja. Ich weiß nicht, ob die Funkmodule ist spannend. Die Funkmodule? Komplett. Welche? Das P-Face, der Raspberry Pi, der ist sehr heikel, das wissen wir, mit den 3,3 Volt. Das P-Face ist bei Weitem nicht so heikel, da habe ich schon unabsichtlich 12 Volt auf den Eingang angehängt, das hat er problemlos überlegt. Naja, es geht nicht um den Schwerpunkt, 3,3 Volt nur so, nicht zu einschreiten, 1000 Volt und der Momentan nur da eine Spitze da ist und das reicht nicht. Keine Chance, dass die Geräte das überlebt. Keine Chance. Der Raspberry Pi mit seinen 3,3 Volt direkt auf dem Prozessor angeschlossenen Kanälen, der überlebt das nicht. Das gibt es gar nicht. Ebenso die anderen, oder die Homematic-Geräte. Die Homematic-Geräte wären, ich weiß es nicht, also das wird wahrscheinlich heikl sein. Aber nicht viel heikler wie jedes andere Elektrogerät, was sowieso an der Steckdosen hängt. Ein Computer, ein DVD-Player, das kann ich mir nicht vorstellen. Die normale Geräte halten bis 1000 Volt Spannung aus, anscheinend. Bis jetzt habe ich mit meinen Homematic-Aktoren keine Probleme gehabt. Das habe ich mir noch nicht durchgelesen. Nachdem es aber in Österreich und in Deutschland erlaubt ist, das zu verbauen, da werden Sie sich schon gewisse Richtlinien halten müssen. Ich würde gerne meinen Ort schließen, das ist irgendwo entfernt, zwischen den Wrennern oder Teilhofer, weil es mit den Produkten möglich ist. Das soll automatisch werden teilen, was einschalten muss. Die Frage ist, ob es eine Möglichkeit gibt, einen Schalter-Off-Timer einzubauen, ohne die Intelligenz des Servers im Hintergrund. Es gibt Timer und Schalter, es gibt ein paar Dinge, ich muss aber sagen, beim normalen Lichtschalter mit Sicherheit nicht. Die anderen Aktoren, die es gibt, habe ich mir noch nicht so detailliert angeschaut, dass ich das beantworten kann. Ich glaube nicht. Es ist aber jetzt nur eine Vermutung von mir. Da müsste man sich die verschiedensten Aktoren, die es gibt, anschauen. Es gibt aber auch größere Dinge, die, wie gesagt, mehr kennen. Auch von den Aktoren gibt es, wo fünf Aktoren eingebaut sind, in einem wetterfesten Kastl. Da ist es leicht möglich, dass so eine Funktion implementiert ist. Also die Idee ist beinahe schon gut. Aber ich möchte mir jetzt den Müller brauchen, das wichtig zu verwenden. Weil, was ist wenn der Ausführer? Was ist wenn, wenn es sich am Funksignal anordnet und wirklich etwas Heikles eingeschaut wird? Und heute was mit einem Tatman-Switch? Dass das dann selbstständig kommt, können wir diese Zeit ausführen. Das ist eben nicht sicher für jemanden. Okay. Einen Tatman-Switch in einen Schalter einbauen ist eine interessante Überlegung. Aber ich muss sagen, ich habe in dieses Ding genauso viel Vertrauen, wie in den mechanischen Zeitschaltungen, die viele Leute zum Einschalten der Pumpen mit Borden verwenden. Ist auch nicht viel sicherer aus meiner Sicht. Weil wenn es da drauf hängt oder direkt drinnen liegt und der dreht sich nicht weiter, dann weiß er es auch. Also. So. Ich bin noch ein bisschen da, bis ich zum Zug muss. Für Fragen gerne noch bereit.